Die Energiewende ist ein Kernprojekt von Grün-Rot. Was hat die Landesregierung in ihrem ersten Jahr auf den Weg gebracht? Also jedenfalls belegen wir den ersten Platz nach der Untersuchung eines unabhängigen Instituts. Wir bauen zum Beispiel die Windkraft massiv aus, wir machen ein Klimaschutzgesetz, wir fördern die Sanierung von Gebäuden. Also auf allen Ebenen, die es da gibt, sind wir schon sehr aktiv geworden und gehen das ganz erfolgreich und stringent an. Eine erfolgreiche Energiewende ist aber ohne den Bund nicht möglich. Sie kritisieren, dass die Bundesregierung bislang zu wenig für die Energiewende tut. Wo liegen die Probleme? Ja, es ist praktisch ein verlorenes Jahr. Bei der Solarförderung hat sie eine Katastrophe angerichtet und es runtergefahren. Beim Netzausbau kommt nichts voran. Ja, noch nicht mal sind alle Kompetenzen in einem Ministerium versammelt, sodass sich dann unterschiedliche Minister öffentlich streiten, statt was auf die Beine zu bringen. Was muss sich auf Bundesebene ändern, um die Energiewende schneller voranzubringen? Erstmal müssen die Kompetenzen gebündelt werden. Da sind jetzt sechs Ministerien zuständig. Das muss in eins rein. Die Bundeskanzlerin muss das zur Chefsache machen. Und man muss die Energiewende nicht bremsen, indem man zum Beispiel die Photovoltaik kaputt macht, sondern muss sie befördern, indem man zum Beispiel die Netze ausbaut und das beschleunigt macht, dass man zum Beispiel Kapazitätsmärkte schafft für neue Gaskraftwerke und Speicherkraftwerke. Also da gibt es viel zu tun. Das kann nur der Bund machen. Sie haben sich auch aktiv in die Debatte um die Suche nach einem Atommüllendlager eingebracht. Wie geht es da weiter? Wir sind da, glaube ich, kurz vor einem positiven Abschluss. Alle sind bereit, eine offene Suche anzugehen. Es werden Kriterien vereinbart, nach denen das objektiv und wissenschaftlich gemacht wird. Und das einzige Kriterium heißt, der Müll soll dorthin, wo der möglichst sicherste Standort ist. Themenwechsel. Die Landesregierung hat heute den Entwurf für ein Tariftreuegesetz verabschiedet. Was sieht dieser vor und warum ist das ein wichtiger Schritt in Richtung fairer Entlohnung? Ja, wir wollen Baden-Württemberg ja auch zu einem Musterland für gute Arbeit machen. Das heißt, dass bei öffentlichen Aufträgen keine Dumpinglöhne gezahlt werden, sondern ordentliche Tariflöhne gezahlt werden. Das ist gut für die Arbeitnehmer, die dort schaffen, aber auch gut für die Betriebe, die ehrlich arbeiten. Also es nützt der Wirtschaft und es nützt den Belegschaften.